Denken wir mal los, mit dem ersten. Moonfarming, bin gespannt. Ich drücke auf Singleplayer, höchstwahrscheinlich New Game, ging gut. Äh... Ebo! Voll gut. The Moon. Der Mond. The brightest and largest object in our night sky. Das hellste Ding am Nachthimmel. The Moon makes Earth a more livable planet by moderating our home planet's wobble on its axis. Leading to a relatively stable climate. Am Nachthimmel, Joga. Nachthimmel. We visited the Moon half a century ago and have not been back since. Amnism control, we have liftoff. That's one small step for man, one giant leap for mankind. But there is still so much we don't know about the Moon. We still aren't totally sure how the Moon formed. There are still a lot of Moon rocks left to analyze. There are still a lot of Moon rocks left to analyze. We learned that water exists on the Moon. But we don't know exactly how much. Are we ready to visit Moon again? Are we ready to set up a colony for humans? We believe that this time has come. Zaya. Mission Control. The bird has landed. Yeah. Unangenehmes Geräusch. Sehr unangenehmes Geräusch. Welcome to the Moon. It's a whole new experience on this planet. You'll get used to it in no time. Well, not like you have a choice. You're stuck there for the rest of your life. Okay, okay. Das I'm kidding, sagt sie nicht? Wie schade. Warum sagt sie das nicht? Hey, Sinezucker. Hallo hier, John. Es gibt übrigens, also man kann es auch auf Deutsch stellen, als ich allerdings direkt im Menü feststellte, dass die deutsche Übersetzung höchstwahrscheinlich einfach nur durch einen Google-Übersetzer gejagt wurde, dachte ich mir, nee. Habe ich ein kleiner. Hey, Carrie. Ja? Deswegen dachte ich mir, nee, wir kommen bitte mit Englisch aus. Wird's gemacht? Klingt gut. So, for all humans to survive on the moon, you will need to have basic stuff like water, air and food. Correct? Ja, klingt gut. For that reason, we need to cover those needs. We have some old base not far from here with some tools there which can be helpful for you. Okay, wie sieht's mit Kuchen aus? Soll ich mich um Kuchen kümmern? Kuchen wär gut, oder? Ich mein, da steht food. Ja? Das übersetzt heißt das doch im Prinzip Kuchen. Ne? Get in the rover. Aha. Okay, das kann ich nicht wieder ausmachen. Okay. Oh Gott. Oh. Uh. Aha. Mhm. Eine Güte, wie schnell geht denn mein Wasserverbrauch runter? Das ist aber, äh, schwierig, finde ich. Oh Gott. Ah. Wofür sind sie zu schreien? Was zur Hölle ist das? Okay, ich soll zum, ich geh zum, ich geh da rein. Wui. Okay, das fühlt sich gar nicht mal so wui ein, wie ich dachte, wie sie sich anfühlen würde. Müsste es sich nicht wui gar anfühlen? Die Landekapsel? Ja, ja, es scheint die Landekapsel zu sein. Aber sie sieht weird aus. Darf ich erwähnen, dass sie komisch aussieht? Ja, die Skybox sieht wirklich wie eine Skybox aus. Das sieht sie. Gut. Wui. Nein, ein bisschen wui ist es. Hallo? Drive. Kann ich sonst noch was mit dem Ding machen? Außer Drive? Nein? Wie drive ich es? Äh. Also ich, also ich würde es ja drive, wenn ich wüsste, welches Interaktion... Ah, F. Aha. Gut. F. Natürlich. Alles klar? Rover. Uh. Okay, ist die Handbremse, glaube ich. Uh. 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 Da soll ich hin. Reach the old base. Da soll ich auch vor allem schnell hin, weil ich habe nur noch halb Wasser. Geht das hier schneller? Hallo? Ich habe es echt eilig. Was ist, was ist Steuerung? Was? Das macht Licht an. Ah. Da. Uh. Uh. Wo ist es? Da ist es. Ah. Ei, ei, ei. Uh. Okay. 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 Alles gut? Okay. Moment. Ähm. Warte. Oh. Oh, schwierig. Ah. Oh. Oh. Oh, schlecht. Was? Ah. Äh. Ah, gut. Gummiflip. Läuft. Nee, ihr Schiff macht hier gar nichts. Steuerung macht Licht an und aus. Ich, äh, so. Oh, schön. Da parkt ein Auto. Das ist ja schon mal toll. Okay. Halt. 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 Handbremse. F. Aussteigen. Gut. Bin da. Was zur... Ja, laber nicht. Mein Wasser geht runter. Ich bin sicher, warum dieser Cybertruck hier ist. Well, one of famous technical guys from Earth has a hobby to shoot different cars into the space. That's why one of his cars landed here. And yes. Be careful. Maybe some other car can fall down from the space. Okay, das finde ich sehr gut. Hey Blank. Hey Mucke. There should be some basic supplies in it, such as a bed, container, electrical furnace, water, oxygen tanks, some seeds and some iron bars. Should be enough for you to get the life support systems online. Now head inside and use the computer to contact me. The signals will be much stronger that way. Okay. Ich, äh, alles klar. Ich, wir gehen rein. Aha. Sekunde. Ich will mal ganz kurz. Das ist mir... Nein! Oh, ich Idiot. Ich bin so dumm. Ah, es tut mir leid. Ah! Was? Ah, 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 ah. Wer macht denn sowas? Entschuldigung. Ich, äh, ich wollte ein bisschen lauter machen. Das macht mich ein bisschen fertig, dass das so unfassbar leise ist. Äh. Aber das war jetzt nicht geplant und jetzt muss ich natürlich neu anfangen. Es ist fantastisch. Äh. Also, wir beginnen nochmal, äh, von vorn. Ja, es gibt... Ja, ja, blubber nicht. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Ist gut. So. Entschuldigung. So. Hey, kann die Beine, Kartoffel. Hey, Socker. Willkommen in diesem wundervollen Spiel, das ich, äh, gerade, äh, zum ersten Mal beginne. Ja. Oh, haha. Das ist aber hübsch hier. Schön. Mhm. Hm? Ah, guck mal da. Erde. Also, glaub ich. Dreht sich aber schnell, ne? Muss das so? Äh. So. Okay. Rein da. Und jetzt, äh, da rüber. Ja, jetzt schon Profi. So. Äh? Geht los. Deine Kapsel sieht ja von Ilen auch sehr ähnlich. Zufälle. Pure Zufälle. So. Ist das aus dem Biodi rausgeschnitten? Was? Was? Was soll denn rausgeschnitten werden? Ich fang noch grad erst an. Ich weiß gar nicht, was. Ah, 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 das, oh, ja, mhm, das war geplant. Ich, äh, ich teste Dinge. So, warte. Hier. Da lang. Äh. Okay. So, warte. Versuchen wir es mal dieses Mal. Ah, dat, 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 dat. Das ist aber auch. Ähm. So. Da rüber. Ja, das ist, das ist besser. Kannst du ein Salto machen. Aber es ist immer noch leise, oder? Wieso? Also. Jetzt finde nur ich das unfassbar leise. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Ich, äh, fliegende Autos. Die vom Himmel herabstürzen. Alles klar. Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Ich meine, es ist vermutlich so leise, weil, weil wir im, im, im Space sind, oder? Vermutlich, ne? Search Container. Äh. Wasser. Oh, sehr gut. Wasser. Das nehmen wir definitiv mit Pickaxe. Klingt auch gut. Health Item. Okay. Aha. Oxygen. Building Plan. Okay. Okay, okay, okay. Mal hört sich niemanden schreien und fahren auch nicht. Ja. Höchstwahrscheinlich. Used to construct build parts like foundations, walls and floors. Okay. Das nehmen wir mal mit. Das werden wir brauchen. Den Rest lassen wir erstmal noch hier drin. Äh, ich soll hier, ne? Interact. Hab ich schon, danke. Okay. Okay. Also Solarpanel und dann Water Extractor. Start with a Solarpanel first. Take the building plan from a container and some iron bars. Equip the building plan by placing in the inventory and dragging to quick slots. Now go outside and build your first solar panel. Okay. Klingt gut. Jetzt geht an, was. Hey, Abba. Start with a first solar panel. Yeah, yeah. The solar panel needs to be placed where the light is directly hitting the panel or else it won't work. Again, it is super important to remember that the light needs to hit directly to the panel. Lastly, you will need to wait two minutes till the solar panel will create for you energy in the battery pack. We will use those batteries for different type of machines. Okay. Yes, I forgot to say how to build actually. Select your building plan. Now hold the right mouse button to reveal the building wheel and select the solar panel by pressing the left mouse button. So, enough instructions and let's build the first solar panel. Okay, gut. Also, wir brauchen noch Iron Bars, hat sie gesagt. Dürfte ich das hier bitte? Danke. Oh Gott, das ist ein bisschen merkwürdig. Wie komme ich jetzt? Jetzt so komme ich in mein Inventar. Das machen wir mal da auf dem Quick Slot. Wir wählen die zwei. Wir gehen raus. Aha. Wir gehen raus. So. Wieso muss dieses blöde Auto hier stehen? So. Alter, hat denn das Auto hier geparkt? Ähm, und wir bilden rechts ein Solar Panel. Klick. Und das sollte vielleicht... Ach, wir können es rotaten. Ja, das ist ja super. Ist ja ganz toll. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja furchtbar. Ja, okay. Water Levels Critical. Sag bloß. So. Okay. Äh. Ja. Hab ich. Und nun? Jetzt macht das Batterien, ne? Ich hab hier aber... Och meine Güte, das ist ja furchtbar. Sekunde. Oh. Sind das die Effekte? Weiß nicht so genau. Au. Okay. Es sind offensichtlich nicht die Effekte. Es ist einfach Main. Und das ist natürlich furchtbar. Okay. Ja. Schwierig. Gut. Ähm. Äh. Ich weiß nicht, wie ich das Schwierig einstellen soll. Es ist ein bisschen... Ich hab was getrunken. Ich hab was getrunken. So. Das Ding arbeite ich jetzt. Sie hat gesagt, zwei Minuten. Hat's schon was? Mach hinne. Ich sterb hier. Das haben wir alles schon schneller gesehen. Okay. Äh. Pass auf. Wir müssen dann ja sowieso noch... Oder wie ging das? Äh. Genau. Halten. Und dann brauch ich Water Filtration Plant. Oder? Nee. Water Extractor. Das brauch ich. Klick. Okay. Das Ding brauchen wir. Das stellen wir jetzt hier hin. Klick. Fantastisch. Geiles Gerät. Das wird aber vermutlich nur funktionieren... Wenn ich dafür Batterien habe, oder? Nö. Das funktioniert einfach so? Aha. Ich dachte, dafür brauch ich die Batterien. Was zur Hölle? 90 Jahre Delta. Hey, Atlas. Ja, nee. Das wird hier so an die Seite gesteckt. Quasi. Und dann kommt da automatisch... So ein... So ein... So ein... Äh... Äh... Quasi so ein Trinkschlauch gefahren. Ja. Also im Anzug. Ja. Und dann muss ich nur noch... Verstehst du? Ja. So funktioniert es. Gar kein Problem. Okay. Na gut. Wenn das von alleine läuft, dann... Bitte was? Muss ich das jetzt erklären? Das muss ich doch nicht erklären. Das ist ja wohl vollkommen logisch, wie das funktioniert. Farming Pot. Klingt gut. Oxygen Extraction Solar Panel. Okay. Farming Pot. Das brauche ich doch mit Sicherheit. Das sagt sie mir zwar nicht. Und das muss mit Sicherheit auch nach drinnen, ne? Kann er mal sein Fahrzeug hier wegräumen? Was soll denn das? Elende Falschparker. So. Farming Pot. Gut. Zack. Und gleich noch einen, oder? Einer ist doch definitiv zu wenig. Zack. Und noch einer. Zack. Okay. Geil. Farming Station. Schon wieder. Sag mal. Gut, ich trinke was. Ich habe was getrunken. So. Jetzt hier. Was ist hier drin? Karotte, Salat. Wieso denn nur? Gibt es hier nicht Kuchen? Wo ist denn jetzt der Kuchensetzling? So. Das ist 1, 2, 3, 4 natürlich. Klar. Hier ist noch ein Setzling. Da ist noch ein Setzling. So. Machen wir erstmal hier, äh, hoch. Interact. F. Select Plant. Water Drain. Ja. Braucht Wasser, ne? Ich habe mir gedacht. Water. Nee, noch nicht. Keine. Noch nicht. Habe ich, habe ich jetzt noch? Habe ich noch, ne? Noch auf der 4. Nee, ist weg. Ist, ist drin, ne? Ja, ist drin. Muss nur, alles klar. Braucht Wasser. Oh Gott, diese Tür. Das macht mich ja fertig. Äh, klar. Auf dem Mond gibt es Kuchenpflanzen. Das möchte ich doch mal hoffen. Sonst ist ja, also das Leben überhaupt nicht mehr lebenswert. Kann ich es ja gleich sein lassen. Dirty Water. Can be used for other things. Requires Filtration. Weißer. So. Batterien. Habe ich. Erzählt die mir jetzt noch was? Nee, ne? Die redet nicht mehr mit mir. Gut, ne? Dann. Dann sind wir auf uns allein gestellt. Water Filtration Plant. Make it drinkable. Das macht vermutlich das Ganze trinkbar. Doch, tut sie? Wann denn? Wann redet sie denn wieder mit mir? Wann hat sie denn wieder Bock? Mit dem Ding interagieren. Ah. Ach so. Na, warte. Ich mache hier aber erst mal das da rein. Storage. Battery. Turn on. Genau. Kriegen wir nämlich hier langsamer Wasser, sonst verdursten wir nämlich über kurz oder lang. Und das würde ich gerne vermeiden. So. Ja, klingt gut. Ja. Go there and start building them. And finally to make them work. You will need to input in them batteries which you are getting from solar panels. Ja. Oh God. I think you are tired now from all those instructions. Let's start building something here. It is easier than you think. Report back when you're done. Du kannst das auf Deutsch umstellen. Aber ich fand, also ich habe im Menü auf Deutsch umgestellt und dachte mir direkt, nein, das lasse ich nicht auf Deutsch. Dazu muss man sagen, es ist eine Demo. Ja, das ist völlig fein. Aber wenn halt, wenn das komplett schon über alle Interfaces hinausragt und so die Schrift und dann du halt schon an Einstellungen, also an dem puren Wort Einstellungen merkst, das ist durch einen Google-Übersetzer gejagt. Ja, dann finde ich das halt schwierig. Deswegen habe ich es auf Englisch gelassen. Weil ich dachte, es wird da besser sein. Und bisher macht es auf Englisch auch einen guten Eindruck. Ne? Gut. Ich brauche so ein Oxygen-Ding. Dann gucken wir mal. Das Teil. Impure Water, make it breathable. Okay, also das macht auch aus Wasser. Das ist doch aber scheiße, wenn ich hier die ganze Zeit Wasser verwenden muss, ist das irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Hoch. Äh... Okay. Da muss auch Wasser rein, ne? Und vor allem Batterien. Das hier arbeitet schon und hat eine Water-Bottle für mich erzeugt. Das ist sehr schön. Turn off. Scheiße. Es geht nicht automatisch aus und die Batterien hat es natürlich gefressen. Super. Ist top. Sehr gut. Oder so. Trink mal. Diese Tür macht mich fertig. Hey, Thomas. Spiegelung mit dem Helm verwirren etwas. Das finde ich beim Spielen persönlich gar nicht so schlimm. Also, ne? Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist so beim Spielen. Das ist nicht so. Ist das nicht weiter wild. Na, Balloon. Äh, das ist das Filtriere. Das ist das Teil und aus dem und... Eigentlich ist das irgendwie... Ich kann das nicht splitten. Das ist natürlich unschön. Ah. Die Batterie ist halt auch instant weg. Ein bisschen irritierend. Okay, die hat offensichtlich noch Saft. Eine Anzeige dafür, wie lange die noch läuft, wäre gut. Also, ne? Die fressen ja offensichtlich sofort die Batterien. Und es wäre halt gut zu wissen, wie lange die noch halten. Und ist ein... Ah, okay. Steuerung links klick. Alles klar. Steuerung links klick, komme ich klar. Für. So, das hier wandelt alles um. Das hier nicht mehr, weil die Batterie fehlt. Aber ich hatte doch hier eine Batterie erst reingetan, oder nicht? Ach doch. Ne, macht das noch was? Macht das was? Huch. Ist hier irgendwie... Das macht nichts, oder? Wie funktioniert das Ding? Tatsächlich reines Wasser. Oh. Oh. Es kann natürlich sein... Oh. Oh Mist. Äh. Hm. Na gut. Also, Wasser haben wir. Ja. Ja. Gut, dass wir Wasser haben. Äh. Okay. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay, gut. Okay. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Wir schaffen das. Hey, Erin. Klick. Yeah. Okay, das läuft. Ähm. Hier. Water. Water edit. Water edit. Okay, das braucht super viel Wasser. Karotten brauchen offensichtlich weniger. Interessant. Wie viel Wasser habe ich noch? Das braucht ziemlich viel, ne? Hey, Kuma. Wie viele Funktionen noch gar nicht funktioniert. Das ist krank. Das ist super viel Wasser. Wasser. Kranker Schütt. Ähm. Gut, wie sieht's, äh, mit meinem O2 aus? Hallo? Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, das würde mich jetzt die ganze Zeit anpiepen. Das würde mich wie wahnsinnig anpiepen. Oh Gott. Bitte hör auf, mich anzupiepen. Oh, tu es nicht. Corbett, vielen Dank fürs Zwangsverflauschen von, äh, von Kuma. Äh, danke dafür, Kuma. Ist damit im 25. Monat im Kokon. Kuma kümmere dich bitte gut um Toppflanzer Helmut. Oh Gott, ich sterbe. Komm schon. Go, 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 go. Unangenehmes Geräusch. Noch was, nü? Mach, 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 mach. Danke. Äh. Äh. Ja, ja, ist ja gut. Noch was, nü? Okay. Hallo? Was so? Hallo? Okay, das, das ist super ätzend. Dass man dann das Neue hinlegen muss, obwohl man halt noch was im Inventar hat. Aber gut. Ähm, dann würde ich jetzt aber gerne... Okay, die ist auffertig. Fertig. Ist auch aus. Ähm. Essen? Jetzt ist sie nicht fertig. Weil da ein Wasser fehlt. Ist das denn ernst? Junge. Ist ja unglaublich. Okay. Na gut. Ähm. Gut, gut, gut. Ich hab ne Vermutung. Danke. Nehmen Dank. Das ist nicht das Zeug. Okay, ich brauch also irgendwas, was dafür sorgt, dass ich daraus noch was machen kann. Klar. Verstehe ich. Äh. Ist da rein? Pflanze echt aus Plastik? Echt oder aus Plastik? Ist das eine Plastipflanze? Schmeckt besser. Ja. Hallo Ulic. Frei Zwerg. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Reset. Danke für 19 Monate. Machst du gemütlich auf den Klappwand, Boxspringbett. Und Krishi. Vielen lieben Dank für 12 Monate. Danke für den anhaltenden Support. Darf Selma deine Gummizelle bestellen. Gib mir ein Käffchen. Er ist nicht so grummelig. Und sorgt dafür, dass deine Gummizelle schön sauber und ordentlich bleibt. Dankeschön. Hey, Debsdivo. Hm. Ja, es ist, es ist, äh, für den Start relativ stressig. Das muss ich auch gestehen. Ah-ha. 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 So, even with all nowadays technologies, still you need to do a lot of manual work. There is a pickaxe in the container, place it into your inventory. You will need to equip the pickaxe and mine some iron ore from the rocks outside. After you've mined some ores, you can use the electrical furnace to smelt them into usable iron bars. And now you can then be used to build a bigger base than this one. So, it is pretty simple. Take iron rocks, get iron ore from them and get iron bars. Hey, Dinkelkeks. Now, it is time for you to build some crazy new colony. Sky is the limit and be creative as you want. Hey, Spielgucker. I would advise that you find a relatively flat surface for building. That's it for now. Good luck. Okay, ähm, alles klar, hab ich verstanden. Darf ich was essen? Wow. Wow, aber treib's nicht gleich so. Wow, krass. Wow. Drei Salatköpfe. Uh. Kranker Schritt. Okay, ähm. Gut, das hier machen wir auf jeden Fall mal. Ähm. Und das? Wie da natürlich schon wieder eine Batterie fehlt. Ähm. Was ist das? Das ist mein Bett. Das ist der Furnace. Der braucht natürlich auch eine Batterie. Das wäre ja auch sonst zu einfach. Wenn er keine brauchen würde. Namensspielgucker. Namenswald durch. Okay, also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mehr Solar Panels bekommen. Das ist definitiv zu wenig, was wir haben. Ja, das eine Solar Panel produziert einfach nicht genug Batterien für die ganzen Maschinen. Das heißt, wir brauchen mehr. More, more and more. Und sobald wir dann mehr Batterien haben und dann nicht mehr so krass drauf achten müssen, geht's, glaube ich. So ein bisschen jetzt, äh, ja. Einmal mehr von allem und dann wird das schon laufen. Und mehr Wasser. Naja, das kommt ja dann quasi automatisch. Ja? Also klar, mehr von den, von den Grundlagen halt. Und dann ist das auch nicht mehr so schwierig. Nicht mehr so super stressig. Mal wieder ein Oxygen tanken. Da liegt aber, glaube ich, auch noch einer drin. Genau. Ähm. Hm. So. So. Geht? Also, es geht schon? Es ist halt einfach nur... Wieso kann ich... Ach, das ist ein Seed. Ah. Okay, das ist ein Seed. Klar. Wie sieht's aus mit dem Wasser? Auch noch ein bisschen. Ich kann gerade nicht mit der Farming Station interagieren, mit der ersten. Okay, in der Hocke geht's. Warum auch immer. Das ist, äh, merkwürdig. Karotten. 60. Und jetzt mal mit Karotten. Okay. Äh. Den haben wir. Den würde ich jetzt aber noch nicht benutzen. Der ist schon wieder ausgegangen. Na klar ist der ausgegangen. Ah, nein. Warte mal. Kann ich das hier nochmal split? Genau. Das ist besser. Viel besser. Okay. Den aus. Wasser haben wir wieder. Was ist hier? Was ist das hier? Backpack-Slot. Mhm. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir wieder was bauen können. Zack. So. Solarpanel. Zack. 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 Okay. Das fehlt jetzt. Der Rest fehlt auch alles. Außer für den Farming-Pot. Alles klar. Aber im Endeffekt schon mal drei Stück, ne? Also jetzt sollte das halt mit den Batterien besser laufen. Was schon mal am Anfang ist. Oder? Bin ich. Ah. Wasser. Hey, Barney. Schönen guten Abend. Alles automatisieren. Ständig Batterien Wasser rausholen. Da ist man ja eben nichts anderem mehr beschäftigt. Ja, das muss irgendwie anders gehen. Geht's mit Sicherheit später denn auch? Das wäre sonst furchtbar. Wenn's nicht so wäre. Oder? Also. Ein Januar. Und wo auch immer ich gerade getrunken habe. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall nicht von einem der beiden. Denn die gehen jetzt nicht mehr runter. Ich werde mich nicht... Also. Ja. Ist für mich okay. Wehre ich mich jetzt nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich jetzt hier keine Karotte... Jetzt kann ich wieder eine Karotte. Grown lassen. Die werden hier nicht mehr... Das wird hier nicht mehr weniger. Aber gut. Dann haben wir es ja jetzt geschafft. Dann ist doch... Jetzt easy going. Für mich okay. Anders. Refill. Oh. Turn on geht nicht, weil die Batterie fehlt. Guck mal an. Hier haben wir wieder Zeug. Nö, ja. Nö. Wasserproblem automatisiert. Ja. Ich weiß nicht wie, aber wir haben's. Also ist das für mich okay. Nö. Man soll ja auch nicht alles hinterfragen. Finde ich. Nö. Oh, das ist aber jetzt... Äh. Hallo? Äh. Mhm. Wieso klebt es an meinem Gesicht? Kann das bitte aufhören, an meinem Gesicht zu kleben? Okay. Irgendwann wird das mal reichen. Hey, Flowerpanda. Grau betrinkt direkt das Schmutzwasser jetzt. Das glaube ich nicht, tatsächlich. Ich denke nicht. Okay. Haben wir was gegessen? Noch Seeds im Inventar. Klar. Äh. Batterien können wir mal mitnehmen. Okay, also ich... Was mich... Also was mich gerade so ein bisschen... So für den ersten, ne. Mir fehlt ein bisschen Sound. Ja. Ich verstehe, dass man wenig Sound hat, weil wir sind ja schließlich, ne. Wir stecken in dem, äh, in dem Anzug und so und sind auf dem Mond und das, äh, raffe ich schon, warum das so ist, wie es ist. Ähm. Aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen... Ist der Kepler hat gekauft und du bist gespannt. Oh, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich habe aber auch Angst, irgendwas von dem Spiel lauter zu machen, weil dann weißt du wieder nicht, wenn dich plötzlich irgendwas anschreit. Finde ich auch schwierig. Kein Luft, kein Sound. Äh, ich... Wie gesagt, ich verstehe es. Ja. Es ist nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Ich finde es ja einfach nur merkwürdig. Ja. No water left. Okay. Jetzt, äh... Jetzt, jetzt nimmt es wieder. Gut. Irgendwann musste der Backe aber weggehen. Alles klar. Hier haben wir noch. Das hier läuft. Das ist fein. Okay. Planet kultiviert, gesiedelt, mit Spalt. Schauen wir mal. Ob es auch einen Spalt geben wird. Wieso kann man die nicht stacken? Ist ein bisschen... Ist nur ein klein wenig nervig. Okay. Weltraumspiel, Realismus, still. Aber ich finde es total langweilig, was diesen Aspekt angeht. Bin ich eher Typ Hollywood. Ja, ne? Klanzen gießen. Verstehe ich nicht ganz, warum es sauberes Wasser sein muss. Ne, muss es... Also... Weiß ich gar nicht, ob es das muss, ehrlich gesagt. Nö, muss es nicht. Also ich kann auch Dreckwasser nehmen. Offensichtlich. Sonst würde das hier gerade nicht gehen. Warte. Oh nein, es war doch mein gutes Wasser. Es muss sauberes Wasser sein. Ja, verstehe ich nicht. Gebe ich dir recht. Keine Ahnung, warum das sein muss. Das... Äh... Ernunzt. Weiß ich nicht. So, kann ich das da draufstecken? Ne, kann ich nicht. Ist aber auch ein bisschen blöd, oder? Wieso nicht? Weil Pflanzen auch Nährstoffe haben wollen. Na und? Weiß ja nicht, was für Dreck im Wasser ist. Ja, nur guter Monddreck. E113,5. Das ist nur richtig guter, gesunder Monddreck. Mit Blei belastet. Ach, Quatsch. Da nicht auf den Mond. Ich war bitte. Was hab ich hier eigentlich noch drin? Achso, Essen. Ja. Also verhungern wären wir jetzt so schnell nicht. Denk ich. Essen hier mal noch was. Das behalten wir uns drin. Das auch. Ähm... Building Plan packe ich, glaube ich, mal hier runter. Also wie die Iron Bars. Und hier oben ein bisschen mehr Platz. Oh. Nicht? Verdammt, hier ist das Iron Ore. Ist hier gleich durch, glaube ich. Also gänzlich durch. Im Sinne von durch, durch, durch. Was muss man auf dem Mond was anbauen? Und ich dachte, der ist aus Käse. Hm. Käse. Ich mag Käse. Das, das, das nervt mich persönlich. Also ich muss immer... Ich muss das immer... Ich muss die Wasserflasche immer neu da hinlegen. Weil es ja eine andere Wasserflasche ist. Das finde ich persönlich richtig nervig. Das nervt. Das muss meiner Meinung nach nicht sein. Das finde ich schwierig. Was hatte ich hier? Rote Beete hatte ich hier drin, ne? So. Okay. Äh. Alles klar. Da haben wir auch nochmal Seeds. Die Seeds packe ich hier unten hin. Das essen wir. Hm. Jam, jam. Okay. Aber läuft. Also ich finde es, äh... Geht ganz gut. Soweit. Ist jetzt nicht zu kompliziert, so zu verstehen. Ich bin ja gespannt, was man da noch bauen kann. Ich finde ja, wie gesagt, also das sich, äh... Also um sich kümmern ist in Ordnung. Ich finde es nur zum Teil ganz schön krass. Ne? Also muss schon ganz schön, ähm... Hinterher sein mit den Dingen. Zumindest jetzt erstmal. Es kann natürlich besser werden. Wenn wir dann wirklich, äh... Eine richtige Base bauen. Äh... Hier. Gehört definitiv wieder Batterien rein. Ins Wasser Ding. Ja, warum auch immer das jetzt nicht geht. Ähm... Hier würde ich auch zwei reintun. Äh... Oxygen vielleicht gar nicht so dolle. Weil Oxygen geht tatsächlich. Innen schon eher Wasser. Wobei man halt auch... Also... Ich glaube, Batterietechnisch haben wir jetzt nicht mehr so das Problem. Was ganz schön ist. Ist doch gut. Wenn ihr so langsam... Langsam klarkommen. Ne? Mal hier Refill machen. Und... Dann... Und das wieder an. Steht das schon fest? Ne. Flower Panam. Ich habe mir 17 installiert. Und wir werden sehen, welche ich heute spiele. Das werden wir sehen. Wer abgestürzt hat, haben sich aus dem Raumschiff geschmissen. Von der Erde verbannt. Ja. Hey, Sandalore. Oh. Okay. Ähm... Dann schauen wir mal. Was können wir denn bauen? Hey, André. Okay, eine gerade Fläche. Und hier mal eine gerade Fläche. Ich will ja auch nicht so weit weg sein. Ich meine, ich habe hier mein Zeug und so. Vielleicht da? Ich meine, da ist gerade so ein bisschen. Gerade ist halt schwierig. Äh, was kann ich denn? Next Page. Ah. Roof. Door. Windows. Foundation. Okay, es ist... Okay. Schwierig. Schwierig. Finde ich. Aber gut. Ist in dem Beutel was drin? Was in dem... Weiß ich nicht. Okay. Äh... Doorframe. Ah, habe ich nicht mehr. Ich habe schon wieder kein... Okay. Das ist teuer. Das ist richtig gut. Da muss man richtig viel sammeln für. Seh schon. Was ist das hier eigentlich? Weiß ich nicht. Ähm... Was ist da? Okay, mein Respawnpunkt zu setzen war natürlich durchaus mal sinnvoll, aber das war halt ein Bett, was wir hier aufgehoben haben. Und das freut mich, Brick. Das ist, äh, sehr schön. Oh. Oh. Set up, has to support now. Let's move building in mine. Das weiß ich doch schon. Lass mich. Sei ruhig. Warte mal, das machen wir mal kurz aus, weil, ne, das lohnt sich gerade nicht. Da fehlt ein zweites Wasser. Das wäre sonst nicht lohnenswert, das jetzt zu tun. Okay, da steckt Essen drin. Das ist gut. Diese Tür. Hallo. Okay, wir müssen... Wir müssen ziemlich viel meinen jetzt, glaube ich. Klock. 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 Ist ja bald eine automatische Tür. Na, die funktioniert ja auch automatisch. Die wird genauso funktionieren. Die geht ja auch automatisch. Hm. Da. Klong, 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 klong. Wie viel haben wir? 130. Aber einfach 100 erst deckvoll. Weil da kommen ja dann höchstwahrscheinlich nur 100 Bars raus. Oder? Kommen dann da 200 raus. Selbst wenn es 200 sind. Das ist halt nicht sonderlich viel, wenn ich hier pro Teil, was ich setze, 10 Stück brauche. Okay. Das ist ja noch. So. Das ist ja auch. Das ist ja noch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Hier sind es 101. Guck mal, es hat auf 101 gesteckt. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Entschuldigung. Schon ein bisschen witzig, ne? Darf bestimmt eigentlich gar nicht gehen. Ja. So. Turn on. Okay. Das läuft jetzt. Beide Meilen kaputt gemacht. Ja. Auf. Dinge kaputt machen. Voll mein Ding. Aha. Ich trinke wieder nichts mehr. Das finde ich gut. Oh doch. Jetzt doch. Okay. Das ist manchmal ein bisschen weird. Mal verbrauche ich das Wasser, mal verbrauche ich das Wasser nicht. Es ist ein bisschen komisch. Aber ich beklage mich nicht. Ist okay. Ich esse was. Ja, na. Ähm. Kann generell, glaube ich, eigentlich. Das kann ich ruhig hier drin lassen, oder? Also fertiges Essen vor allem. Warum bewegen sich die zwei Antennen auf dem Luster Rover? Weil sie es können. Hey, Tirea. War also der Onkel vom Fackelanzünder und dem Steinemaler. Ja. So. Ich würde gerne den ganzen Scheiß pflanzen. Warte mal. Gib mir mal hier ein paar Bars. Danke. Ähm. Stell mal noch ein paar mehr Planter. Mal mehr Farming-Pots-Dingens. Äh. Darf ich ja auch erwähnen, dass ich das total... Äh. Äh. Totale Platzverschwendung finde. Dass so ein... Farming... Kann man den übereinander stellen? Kann man nicht, ne? Das ist doch total dumm. Als ob wir Menschen nicht gelernt hätten, dass man, äh... Übereinander anbauen kann. Also, ne? Was zur Hölle? Na. Jetzt. Müsste sich eher nach dem... Dung, Dung, Dung anhören. Und nicht nach dem Ding, Ding, Ding beim Abhauen. Und schließe ich den Astronauten überhaupt. Das Geräusch und Vibrationen. Niederanzug vorher spitze... Ja. Ja. Müsste, müsste, hätte, hätte. Sollte. Ja. No water left. Natürlich. Mhm. Okay. 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 Hey, hier kein Wasser mehr. Schlecht. Okay. Wir werden mal hier schön anpflanzen. Ja? Schön viel Zeug anpflanzen. Ich glaube nämlich, das ist... Äh, das macht es uns einfach leichter. So, ne? Generell. Zack. Gut. Alles klar. Dann packen wir das, 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 das da rein. Das sind die Seeds. Das ist ein Seed, das ist ein Seed und das ist Essen. Mhm. Iron Sky, erst die dunkle Seite des Mondes kolonisieren, dann die Erde zurückerobern. Ich... Ich muss ja hier nichts zurückerobern, oder? Ist das der Plan? Habe ich was verpasst? Hele, hele, hele. So. Okay. Batterie ist leer. Ganz seelenlos. Okay, die stacken doch höher. Aber wieso? Ich... Jetzt raffe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Also vorhin dachte ich, sie stacken nur bis drei. Das, also... Ich verstehe es noch nicht so ganz. Jetzt habe ich fünf. Na was, nö? Aber ich kann sie nicht aufeinander stapeln. Wo sind die ganzen Kabel von den Geräten? Seelenlos hatte ich begrüßt. Leveler habe ich begrüßt. Lord Sorrow, ein wunderschön. Guten Abend. Moin, moin. Dankeschön für den Recept. Danke für 55 Monate seit dem Kokon. Danke dir für den anhaltenen Support. Fällt mir nicht ein. Muss ich nachgucken? Gehe ich zu? 56 fällt mir ein, 55 nicht. Ein kleiner Schuh, natürlich. Bill Nightmares. Ein kleiner Schuh. Du kriegst einen kleinen Schuh. Danke, Lord Sorrow. Wo sind die Mondkühe und Hühner? Nach denen suchen wir noch. Salaster. Die finden wir bestimmt auch bald. Aber ich bin mir sicher. Ja, bestimmt. So. Dass ich mich nach links verschieben kann, ist auch ein bisschen merkwürdig. Ein klein wenig merkwürdig ist das hier. Zack. Wupp. Oh. Wo kommt das Wasser her? Das zieht der Extractor aus dem Mondboden. Weil ich das korrekt verstanden habe. Das System. Minus 24% ist halt auch interessant. Gut. Schon seinen Grund haben, warum das so ist. extra gejogelt. Ja, auf dem Mond gibt es Wasser. Das kam ja auch im, äh, also, ne, ja, das ist wie er erklärt. Hallöchen, Terry. Eisgaltes Walzmier. Nice. Dann, dann winke ich einfach so. Ähm. Das hier läuft. Ich würde halt nur gern mehr holen. Äh, Wasser meinte ich. Mit mehr. Mehr Wasser. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Hm. Okay. Wir machen uns hier so ein bisschen, es ist Notfall, ne, quasi. Ja. Dass wir hier so Notfall-Ding einfach haben. Ist auch ganz merkwürdig. Mal passen exakt vier Reihen, mal passen plötzlich fünf Reihen. Das ist... Das ist ein bisschen komisch. Raumzeitverkrümmung, meinst du? Das könnte natürlich sein. Äh, wäre natürlich denkbar. Und einer Raumzeitverkrümmung kommt es dazu, dass mal vier, mal fünf da reinpassen. Das ist denkbar. Hm. Ernährungstoleranz bei Kissen. Ich kann das immer nicht da hinlegen. Müssen vor allem dehnbar gefertigt werden? Das stimmt, ja. Da muss ich direkt an Enderal, die, die unendliche Kiste denken, die dann zum Schluss des Spiels so dermaßen geleckt hat. Jedes Mal, wenn ich an die Kiste gegangen bin, ist das Spiel fast abgestürzt. Genau so müssen Kisten sein. Dass da so viel Scheiß reinpasst, dass im Zweifel das Spiel halt abstürzt. So. Ah, finde ich gut. Ist das nicht auch mal abgestürzt? Einerer ist häufiger mal abgestürzt. Ist die Skyrim-Engine nicht mein Hallo? Freundskal, eh so. Ich hab nichts zu trinken mehr einstecken, ne? Ist natürlich jetzt schlecht. Hallo? Der Traubi 128 gekranken in ihrem Rechter wegen der Ludkiste. Ist dem Spiel auch der realistische Tag-Nacht-Zyklus auf dem Mond implementiert? Keine Ahnung. Dass er wohl Rauper alles eher Unwichtige in zehn weitere Kisten ausgelagert hatte. der Gesicht dann nicht mehr schließt und so ein Spalt offen bleibt wie bei mir live. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Wasserlevel kritisch. Ich lauf da schon. Mann, 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 Mann. So. Okay, 100 ist Maximum. Hammer. Muss ja, glaube ich, auch jetzt mal was rausnehmen, ne? Sonst platzt das hier. Oh, hiermit erwähnt, dass ich mehr Kisten brauch. Oxygen den haben wir. Ich brauch mehr Kisten. Also, ich kann vermerken, dass man vielleicht so viel von den Wasserdingern nicht braucht. Mal erwähnt, dass du ein Problem hast. Was? Was? Wo soll ich denn jetzt mein ganzes Wasser hinlagern? Hm. Schwierig. Bau doch eine größere Base. Ja, ja, dazu brauch ich ja aber Metall. Ich bin noch dran. Achso, da wollte ich das hinbauen. So, Metal Door Frame. Ist das jetzt innen oder außen? So, ist es richtig rum? Hoffen wir es. Äh, Tür. Hier steht doch automatische Tür. Wieso muss ich die denn öffnen? Jetzt komme ich da nicht rein. Ist das dein Ernst? Ich kann, ich kann nicht reingehen in meine Behausung, weil die ein Millimeter zu hoch ist. Seriously? Ich bin... Ich bin... Ich bin... so ein glas ding komplett glasbubbel floor 1 floor 2 muss der unterschied ich kann halt echt nicht in mein haus weil es ja sehr gut das los doch kein roof oder habe ich jetzt habe ich das falsche gesetzt habe ich gerade floor gesetzt ich dachte ja was zu trinken einstecken natürlich nicht ja gut aber ich glaube auch tatsächlich wir haben damit dass wir haben damit die demo gesehen vermute ich denn mehr kann ich ja nicht machen also ich oder also ich glaube das war momentan erstmal der inhalt der demo weil also zumindest das was ich so bauen konnte habe ich gebaut mehr geräte können wir nicht bauen das haben wir das haben wir das haben wir gebaut da das ich weiß nicht was das ist ach das heißt zurück oder was scheint so da kann ich einfach nicht also diesen knopf kann ich nicht drücken den da unten da ist irgendwas aber das kann ich nicht ja dann fahren wir doch mal was so wieso meine meine pickaxe und mein bauplan sind da gerade am rumfliegen funktioniert bei dir der sauerstoff filter ja da muss gammel wasser und der batterie rein du meinst das gerät hier ne da muss batterien müssen rein und hier dreckiges wasser ausgeteilt wie die sterbe animation aussieht ja das machen wir gleich eigentlich speichern kann man nicht ne oh ach wasser okay ja steht glaube ich auch in der beschreibung von dem gerät ja impure water steht ja from impure water nasch okay also meine pickaxe und meinen bauplan lasse ich offensichtlich mal hier ein bisschen rumtanzen das ist okay und wir fahren hier mal mit dem gerät ein bisschen durch die landschaft schön erst mal durch die erzvorkommen durch gar kein problem sehr gut ne 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 neuri ne 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 wow nice neis wiii also ich bin auch keine Person, ja, ganz eindeutig ich bin das Auto im Moment, wo ich eingestiegen bin bin ich das Auto geworden oh oh, oh klar ähm und die Raupe über den ganzen Mond eine Basis bauen das wäre aber vielleicht ein bisschen sehr groß, oder? oh okay, cool ähm okay ja nun also ich glaube, noch mehr Mist kann ich nicht machen oder? kann ich irgendwie, kann ich was explodieren lassen? kann irgendwas explodieren einfach? meine Base würde ich übrigens wiederfinden ich muss bloß hoch äh, T drücken hat es gesagt, irgendwann mal vor einer Weile was jetzt nicht mehr funktioniert jetzt sind wir offensichtlich so weit weg, dass ich doch meine Base nicht wiederfinden würde oh Mensch, ich glaube ich werde verdursten wenn wir was anzünden das weiß ich nicht aber wir werden gleich verdursten dann haben wir zumindest noch ich sollte vielleicht rausgehen tschüss Auto wir können ja dabei schön in die Sonne gucken, während wir sterben das wäre doch schön die Erde habe ich Sonne gesagt? ich meine wir gucken uns die Erde an, während wir sterben das wäre gut habe Sonne gesagt, ne? weil ich so nach da geguckt hatte erst schöne Sonne, ne? wieso fährst du mit nem Schuhkarton durch die Gegend? frag Elon komm an einen Pingu das die Frage stellst du bitte Elon nicht mir ok, es dauert offensichtlich ne ganze ah, jetzt, guck mal wir verlieren Leben ich hab mal ein bisschen leiser gemacht das Geräusch ist halt echt schwierig jetzt verlieren wir Leben schön oh, du piepst meinst du? glaub ich nicht aber wir haben immerhin mal Beine also wir haben den kompletten Charakter das find ich sehr schön also ich find schön, dass wir Beine und Arme haben und so, ne? das, äh, mag ich ja sehr gerne Frau betrocknet aus was? ne, seh ich nicht wiii ja, alle gleich bin gleich tot bin gleich tot schüss Erde schüss Mond oh wow das hat sich das hat sich jetzt richtig gelohnt moin Waldi ja der, oh es piept weiter das ist ja schön wenn ich jetzt restart drücke dann ver, ah es fängt wirklich von vorne an von ganz vorne weil wir keinen safe stand haben vermutlich okay ja gut äh das war Moonfarming also zumindest die äh Alpha 0.1.1 sehr früh also sehr, sehr, sehr früh um das einzuordnen ja ne, ganz wichtig immer ein bisschen dran denken aber war doch ganz äh äh witzig so ging doch gut so generell wenn ich ging es gut